Kommen bei einer neuen Aufnahme von Daisy Lingua, mit mir sind Tim, Mark, Bagheer, äh ne Quatsch, äh Jonas und Leon. Wir haben mal wieder nen Hubschrauber gefunden, beziehungsweise Mark hat's mal wieder gefunden. Hey, wir haben's gefunden. Selbstverständlich, wir haben's gefunden. Oder es hat uns gefunden. Leon und Dings haben's gefunden. Leon und Jonas haben's gefunden. Wo ist denn jetzt hier das Krankenhaus? Ähm, ähm rechts. Ähm, gerade aus dem Berg runter noch. Den Berg runter, ne ist klar. Äh, Richtung Süden halt. Lager nicht. Ach, da wo das leuchtet, da ne, kann das sein? Ja, gleich geht's hier richtig tief runter. Genau hier, da ist es, ich seh's schon. Ja, da ist es, da ist es, ja, ja, ich seh's auch. Okay, dann landen wir mal da auf dem Parkplatz, glaub ich. Ja. Ist schön oft drüber, warum, pass auf. Wow, mega Landung, mal wieder. Ja, klar. Oh, da stehen aber viele Bäume rum. Hat einer noch Flares? Ich hab keine mehr. Ja, nein, nein, nein. Da, da war ein, äh, Sportplatz. Da voraus. Ja, und? Nein, nee, jetzt ist er hier landen. Ach. Wir müssten auch noch die Busse stehen, die was ich gefunden haben. Äh, nee, doch, wir nehmen doch über den Sportplatz. Hier sind mir zu viele Bäume drumherum. Ja, bitte. Mach mal. Marc versucht wieder zu landen. Versucht wieder zu landen. Ja. Ja, 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 ist klar. Ich Profi, tut nicht weh. Nur einmal und dann ganz kurz. Ja, klatscht dort. Alles klar, da würde ich sagen, können wir uns Video aufteilen, dass ein paar Richtung Baracke und die Zelte gehen und die anderen zum Krankenhaus. Blick noch ein bisschen weiter vor, bitte. Ja, ja, hab ich vor. Da, wo der Kreis markiert die Stelle. Links, links, links. Ich fühl's schon im Bracken, ich weiß, wo die Bracken sind. Ich weiß. Ich weiß gar nicht. Ja, ist ja alles gut. Ja, ja. Ich hab auch noch Flairs. Ich auch. Jetzt mach Autohuber rein. Ja, lass mich doch. Naja, es war schön Helik abzuhaben. Ja. Ey, ein bisschen mehr Vertrauen, bitte, ja? Nicht so schnell runter. Was denn? Ist ja alles gut? Ja, gut, wir sind doch sogar in der Luft, Mensch. Mal drin, bitte. Ich bin schon ausgestiegen. Ja, sicher, ich klappte weg vom Hubschrauber. Ich will nicht, dass du da drin bist. Können wir ja raus, um uns zu sterben? Ja, geh doch runter. Ja, ich wollte erst warten, was Michael. Hat zwei Meter, wir sind noch nie unten. Hallo? Ich will auf den Flair, damit du mehr sehen kannst. Jetzt sind wir unten. Ja, ist doch gut, ist doch alles gut. Mein Gott, macht da nicht so einen Stress hier. Mann, 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 ey. Ich wurde von Balou ausgebildet, das ist alles gut. Captain Balou. Und quackert mir die Endabnahme. Okay, ich geh zum Geisteshof. Ich komm mit. Wir gehen zum, wir gehen zum, äh, zum, zum... Ich leg mal meine DMR in den Heli rein. Ja, stimmt, das mach ich auch. Schmeiß mal hier eine Flair rein. Er läuft da einfach kurz zum Heckrotor. Der läuft noch, ne, der kann euch noch töten. Ich tu meine DMR mal zeitweise in den Heli rein. Ich auch. Wie, jetzt die Knarre oder was? Ja. Wieso hab ich ihn so... Ich geh jetzt zum Krankenhaus. Ich muss, muss mich heilen, das bringt nix. Ähm, der passt nur nicht so viel, ne, so. Der passt nicht so viel rein, ne. Taschenlaupe funktioniert mal wieder nicht. Jetzt geht's, komm. Jetzt geht's wieder. Kommt einer mit, bitte, zum Ausleuchten, zum Krankenhaus. DMR, äh, lol. Ja. Wo war das nochmal? Links rum, jawohl. Ich suche Flares. High Lead Flares. Oh, cool. Licht. Bitte. Danke. Ich hör nämlich schon, Zombie. Dann mach du da die Schule dann, Jonas, dann geh jetzt schon mal weiter. Ja, mach mal. Stanax und... Lol, ich hab noch vier, Schluss hin. Brauch ich. Stanax und, äh, AKM. Und G-17. Will mir einer safen? Ja, gleich. Lass mir noch die Zombie vorbeikommen. Ja. Würde ich mir eine Schlacht im Grenz abgeben? Äh, ich hab genug Muni eigentlich. Nur genug Flair, ist das die Frage? Ja, hab ich noch ein paar. Acht Stück. Weee. Ich werfe. Ich auch. Ja, er hat uns gehört. Mit der Zombie? Ja. Wo ist er hin? Da. Da, 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 da. Äh! Zombie ist zwölf Uhr und er ist drei. Ja. Vier. Ja. Ich werfe Fläche hier in die Ecke. Und hier steht ein Panzer? Warte, ich mach mal das Feuerdinge da an. No, hier steht ein Panzer. Äh. Juh, wir haben Panzer gefahren. Ich hab noch eine Granate oder was? Ich hab noch eine Panzer, ne? Hm. Ähm. Noch eine Granate? Ich hab noch zwei Granaten. Nee. Irgendwie nicht. Okay. Ähm. Kann ich auf Schlacht, würde ich sagen. Jaja, würde ich auch sagen. Aber kein Friendly Fire diesmal. Hahaha. Hier nimmt er auf, ja? Ja. Ja, cool. Ich nehm dich auf. Ich mach. Könnte, hätte man aber, sollte man eigentlich, ne? Oh, meine Frames. Haben wir was zum Spreisen? M14, M16 A-Cock. Aber die war vorhin schon da. Oh, meine Frames. Die ging gerade richtig. Ich gucke, ich gucke, also du hast gebraucht mit Deckung. Ja, die Aufnahme, hab ich auch. War das jetzt smoke-mäßig oder was? Nein, damit wir die Scheibe einschlagen können, ohne dass wir Munition verballern. Nö. Scheiße. Ich hoffe, ich stehe auf wieder. Also ich bin jetzt wieder geduckt. Ist doch nichts rum, ne? Irgendwie. Nee. Schieße. Doch, das sind mir jede Menge Küsten. Ja, ich durchsuch hier hinten, Leon. Nein, ich mein, und das wird das, da was in den... Ich kann eine Waffe mitnehmen oder was? Achso. Ja, ich, ja, ich auch. Deswegen hab ich schon meine DMR weggelegt. Ich mach mal hier das Licht überall an. Scheiße, geht nicht. Ich krieg die Tür nie auf. Ah, doch, warte mal, ich hab doch eine... Ach. Ich krieg die Tür nie auf. So nehm ich nicht einfach. Die muss ich zwar meine Waffe eben trocken, aber ist ja egal. Ich mach mal mitnehmen, oder? Hast du denn 16, oder? Ähm, ich gucke noch mal in den anderen Baracken. Komm. Nimm seine Axt. Der bricht mir in den Husten, ja. Geht auch nicht. Komm, jetzt... Hallo? Doch, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Hat geklappt. Mein Gott. Ja, das muss ich natürlich wieder wachen. Ja, AKS, Cobra. Oh, nice. Oh, Jackpot. 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 Ja? Ja, volles Rohr. Was denn? Was denn? Mehr als das Morphine, Painkiller, EpiPen, Blobdex. Ja, aber das ist immer da. Das ist der Arsch. Ich brauch, ich brauch Dings. Ich brauch... Nee, das ist nicht Arsch. Ja, doch. Das ist auch toll. Er brauch, äh, einen Braucher, ne? Antibiotika. Ja. Ich nehm nochmal ein paar Bandagen mit. Egal, ich nehm jetzt erstmal Bloodpacks mit. Bloodpacks und Morphine Sticks, aber ich brauch... Smunkgranate schmeiß ich. Das ist kein Sinn hier. Und was willst du dir im 40A mitnehmen? Warte, ich hab den anderen Baracken. Ich hab jetzt noch dick dick kleiner, dann guck ich mal. Ich hab jetzt auch keinen. Lol, wir könnten, wenn der Hubschrauber mehr fassen könnte, ne, dann könnten wir da jetzt einen Medical Hubschrauber draus machen. Schein. Meldi weg, ja. Ich wollte ne Flair schmeißen, Baller rum. Ja, warte mal, Leon, ich muss grad mal wieder zurücklaufen, weil ich vergessen hab, ne Flair davor zu werfen. Ich hab noch eine Flair. Ich hab noch Bandagen rum. Ja, ich hab noch, äh, fünf. Guck mal hier rein, ob viele neue Flares sind. Kein Antibiotika-Scheiße. So, also Bloodpacks hab ich jetzt... Töte mal nicht alle, Jonas, sonst kommt wieder mir nach. Ich hab auch noch, äh, Small Grenades, gell, eine. Ich hab auch noch eine. Ah, kein Antibiotika. Ja, wir gucken jetzt gleich mal zu den Zelten. Scheiße. Ja, ich würde sagen, dann landet ihr mal bei, bei dem, bei dem Airfield. Ja, da können wir dann noch mal die Maracken machen. Lol. Lol, wir haben gepullt. Lol, hier auch, da kommt ein Arzt um die Ecke. Wer jemanden hier gesitzt und unbedingt haben. Äh, hier steht ein Bus. Lol, da steht tatsächlich ein Bus. Ja, ich weiß, da ist der Bus scheiße. Ähm, Leon. Ja? Ich geh schon zu den Zelten, ja. Wieso, ich sag, wir fliegen zum Airfield. Ne, die rennen alle zu den Ballerfritzen dahin. Achso. Was, okay. Ist ja was drin in dem Bus? Aber Leon, ich brauche auch eventuell Platz für hier, ähm, Airfield-Sachen und. Ja, dann machen wir dann ja, wir fliegen dann zum Airfield. Ist doch viel sinnvoller, oder? Und die Zelte? Wir machen ja, wir machen ja, wir haben doch keine Antibiotika. Was, wir machen zwei Teams dann. Wir fliegen jetzt zum Airfield, wir machen zwei Teams, ein Team mit dem Feld. Ja, ist schon so. Ein Team zu den Paragels. Ja, ja. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Helion, was? Nimm dir Aim mit. Ja, ja, ich bin noch auf dem Weg, Mann. Komm ich jetzt nicht auf der Dingensdorf? Irgendwie nicht, ne, ich komm auch nicht nach hinten rein gerade. Jetzt, jetzt, ich hab's. Bisschen leer. Leer, shit. Leer, leer, leer. Ja, gut, dann lass uns die wieder weg. Leuch. Cool, mega, deluxe. Jetzt geht's wieder. Jetzt muss ich hier wieder weg. Du bist schon? Hier. Geht jetzt mein Licht nicht an? Ja. Ich hab auch grad kein Gemlight irgendwie. Da stehst du. Okay, ich bin hinter dir. Ja, dann, äh... Also Bloodpacks haben wir jetzt so ein bisschen. Hast du auch ein Blutpack dabei? Ja, ja, ich hab zwei, drei Blutpacks mitgenommen oder noch mehr. Gut, ja, ich hab auch noch vier oder fünf mitgenommen. Und, und... Ja. So, jetzt müssen wir... 8300 Blut hab ich noch. Scheißdreck. Da ist der Heli. Da läuft ein Zombie. Nee. Die ist auch noch gesitzt. Die sind überall gesitzt, find's. Echt? Aber keine Munition oder was? Doch, doch, aber ich kann's nicht mitnehmen. Aber warte, dann hol ich mir eine. Wo ist, wo bist du? Allein ist das gefährlich, Mann. Da steht noch ein Bus. Noll. Ja, ich weiß. Ja, das... Die sind die noch, noch von gestern. Okay. Wo bist du denn? Noll. Ey, beim Ganshop, weil das ist alleine gefährlich, Mann. Ja, alleine kann ja... Wo ist denn das Ganshop? Ich bin mal eben auf Klug. Ja, ich bin ja da. Willst du... Ist die Gesitze in dir sehr wichtig. Da ist Michael. Ich bin neben dir, Michael. Mhm. Wo willst du hin? Zum Ganshop. Wo immer das ist. Nee, da ist es nicht. Da ist die Schule. Äh, das Krankenhaus. Da kommen wir gerade her. Habt ihr mal in den Bus reingeguckt, ob da was drin ist? In dem Gear? In dem zweiten? Wo ist denn der? Steht hier links in dem... Deine gehst du nicht hin, Mann. Hm? Wo steht er? Warte erst mal ab, Mann. Du gehst da nicht alleine hin. Du gehst da nicht alleine hin. Das ist zu gefährlich. Wohin? Zum Bus? Zum Ganshop. Achso. Nee, zum Bus. Ich bin gerade im Bus. Ich bin aber im Driver's Seat, aber ich kann gerade nicht gehen. Ah, da ist er. Oh. Jetzt... Nee, ist leer. Ist leer. Leer an? Ja. Ja. Ich glaube, die DM14 ist verschwunden. Scheiße. Egal. Schade. Ja, kein Platz mehr. Es sind beide Bus... Beide Fahrzeuge sind leer. Ja, im Heli. Ich hab die zwei Plätze mehr oder was. Ja, da oben steht noch ein Heli. Äh, noch ein Bus. An der Schule steht noch einer. Äh, an einem Krankenhaus, meine ich. Ich komme auf euch zu. Ich leuchte hier alles aus. Aber Leon, ich hab jetzt auch wieder meine DMR genommen, also... Ja, brauchst du noch Platz erstmal, ne? Eigentlich müsste da noch... Äh, Maffenslats drin sein. Ja. Ja, wie... Hier haben wir noch Busse. Also, wenn wir noch zur Not noch Fahrzeuge brauchen, hier sind noch Busse. Stimmt, ich kann irgendwie auch keine Waffen mehr reinlegen. Ja, der wird wohl voll sein. Da geht ja nichts rein in das Kackteil. So. Jo, wir sind am Hubschrauber. Jo, er istiert. So, wer hat da jetzt ne DMR reingetragen gehabt? Ich hab ne DMR da reingetragen. Ich auch. Nehmen wir den mal wieder. Zwei DMRs? Das anhalt, dann hol ich mir den wieder. Jo, ey. Wo könnte denn noch Antibiotika sein? Ich bin im Überlegen, ob ich die nehmen soll, die DMR. Erstmal noch... Soja, kannst du nicht haben. ...Tanken, fliegen, würde ich sagen. Ich hätt' die schon gerne, irgendwie. Ja, dann nimm die ruhig. Ich bin ja so der DMR-Typ. Bei den Zelten, wo waren denn jetzt mal hier die Zelte? Wie gesagt, wir machen das so, wir fliegen jetzt zum Airfield, landen da. Ein Team geht zu den Zelten, eins zu der Südtirohacken. Achso, die Zelte vom Airfield? Jetzt ist die M16A, guck, und die M16 Ding ist auch drin. Können wir mal machen, ja. Ich wollte aber erst nochmal auftanken, fliegen. Ein bisschen, wir haben noch halb Sprit. Immer gleich, wir sind ja hier in der Nähe. Ey, müssen wir eigentlich in der Nähe sein. Hä? Ist hier direkt ein Tankstille, kann das sein? Nein. Nein. Ich brauchte eben ein Air-Magazin. Ja, stimmt, ich hab jetzt ja noch welche. Ich hab hier Treibstoffkanister, zwei Jurycans gefunden. Ja, die hatte ich auch, die waren im... Ähm, ja, hier, der Heli ist voll, Jungs. Hier liegt eine M14 Aim. Ja, die sind ja rausgepackt, die Sachen. Ja, der ist voll, ja, ja. Leon. Scheiße, wir bräuchten... Wie hast du hier in Stanek im Himmel gelegt, brauchst du es nicht? Äh, das ist leer. Moment, ich mach mal das Heatpack. Achso, hier, Leon. Hier ist ein 3-Tame-Air-Magaziner. Oh, geil. Ich nehm mal die Jurycans mit, ne? Den musst du auch tragen, meine, der Heli ist voll. Ja, der Heli ist voll, ja. Der Heli ist voll. Der Heatpack bringt nichts, scheiße. Wir bräuchten ja gar keine Töne. Wir bräuchten ja gar keine Töne. Lol, hier liegt noch ne dicke Waffe. Der, die, die... Ja. Akok liegt hier rum. Ja, ja. Scheiße, das ist eigentlich Kacke. Ich tausche meine Waffe mit dem Heli aus und dann tu ich die mal raus. Wer fährt mit mir im Bus? Ja, ich wollt grad sagen, wir haben doch hier noch Busse stehen. Ja, ja. Der Bus passt auch nicht viel rein. Wer fährt... Hat einer Standard-Munition? Ich guck mal, wie es dem Bus da geht. Ich brauch selber Munition, ich hab noch zwei Magazine. Ja. Nicht mehr wirklich zwei Magazine. Ich hab auch nicht so dickes, Danik. Okay, der Bus ist leer. Also... Ja, der Bus ist leer, ja. Vom Dingels her. Willst du den Bus fahren, Tim, oder was? Vom Sprit her. Naja, der Bus hier ist vom Sprit her leer. Achso, der oben, der an der... Der andere nicht. Links, der war nicht leer, nee. Nee, der nicht. Da kommst du noch ein paar Meter, kommst du noch bis zur Tanke mit, auf jeden Fall. Die ist leer, ist rum. Ja. Ja, der Ding ist leer, wir wollen ja nicht den Bus jetzt hier. Tim, holt den Bus mal eben. Warte, ich hol mal eben den Bus. Moment, ich hol mal eben den Bus. Scheißegal, dann machen wir das halt so und dann fährt Tim mit dem Bus rum. Wenn einer auf dem Boden mit Tim mit dem Toren will, dann wird's melden. Warte, ich will schreien. Ja, danke auch. Wir haben sehr viel Vertrauen, nein. Haben wir einen Blatt weg? Alle, direkt alle. Ich will hier raus. Ich will nicht in den Hubschrauber. Ja, ja, wir haben schon der Text. Ich hab einen ganzen Rucksack voll eigentlich. Ich hab drei... Ich brauch mal eins oder so noch, dass er sich erhöht. Hab ich auch noch eins. Also... Du brauchst eins? Ich bin das grüne Männchen. Ja, ja. Du bist vor mir. Aber... Ich sitz vor dir. Ich geb dir mal eben das Blut. Danke. Also ich brauch keins. Ich brauch keins. Ich brauch keins. Na super. Ich wollt's nur um Gier haben. Jetzt kriegst du trotzdem mal eins. Ich komm ich nicht raus. Ja. Egal. Wollen wir die schöne Akku echt hier lassen? Wollen wir noch ein Blutpack bitte, Tim? Wenn du noch Platz hast? Ich hab noch, ja. Aber ich komm hier gerade nicht raus. Warum nicht? Mach dir Platz. Weiß ich nicht. Michael, hattest du da doch... Ist in den Jerrikans Sprit drin? Ja. Ach, scheiße. Reifen ist im Arsch. Na super. Ähm, wie sieht's bei dem anderen Bus aus, der leer war? Scheiße. Reifen im Arsch? Warte mal. Oh, ich muss mal eben das... Ich guck mal hier bei dem anderen Bus. Schrauber. Bitte? Da ist ja schon ein Akkok drinne. Und Stannachs. Sieben Stück. Oh, lol. G-17er. Hallo? Ich hab mal da ja alle am Schlaf. Hinter uns. Hinter uns. Das hab ich alles da reingesägt, ja. Moment, dann hol ich mir nochmal ein Stannach-Magazin da raus. Und der Jerrikans ist auch noch drin. Ja gut, die brauchen wir eigentlich nicht. Wir fliegen ja immer tanken. Ja, der Linke. Da ist Holz drin. Nein, da hab ich ja reingelegt. Da ist Fleisch dann. Der Bus braucht einen Reifen hier, der hinter... Der hinter links ist im Arsch. Wie sieht der aus? Warte, ich guck. Ja, ist noch ein Zombie? Wo? Ah, da. Ich hab keinen Kompass, sonst hätte ich dir sagen können, auf wie viel Uhr. Oder wie viel Grad. Geh's mal in... Ja, bis schon gleich am unteren. Ja, okay. Wurde die Schule jetzt schon durchsucht? Ja, toll, da brauchen wir auch eins. Vorne links. Wollen wir die M16-Arcog echt hier liegen lassen? Scheiben sie. Müssen wir... Also ich behalte lieber meine M4. Ja, ich wollte ja eigentlich... Ich wollte ja eigentlich einen Bus jetzt bereit machen, aber die brauchen Reifen. Ohne links. Ja, die brauchen Reifen. Will jemand einen M16-Arcog haben? Nee, ist klar. Ja, das ist ja alles aus. Haben wir da... Sind die in der Stadt vielleicht Reifen irgendwo? Ja, ja, bestimmt. Ich... Ja, da kommen wir jetzt... Ja, das ist hier zwischen der CCO und der Arcog. Ja, Arcog hat ein Schettes Visier. Die Arcog hat ein... Hat ein Weitwinkelvisier, sag ich jetzt mal. Also da kannst du richtig weit mit zoomen, aber ist nichts mit Nahkampf. Wirklich. Das ist für mich. Dann nehme ich die mal meine... CCO ist die, die ich hab. Da hab ich die Arcog jetzt abgeschmissen. Ja. Ey, wie viel... Leute, will jemand mit Reifen holen? Eigentlich viel zu sch... Ja, sicher. Ich hinter dir, Zombie. Keine Gefahr. Ja, warte. Ne, warte mal. Kann ich überhaupt mitkommen? Ne, ich bin voll. Scheiße. Ja, ich hab genügend Platz. Das ist das Problem. Also welchen Bus machen wir denn fit? Den hier vorne, ne? Der hat ja Sprit gehabt, ein bisschen. Also sag einfach, was wir brauchen. Ich hab echt genug Platz. Der da hinten hatte Sprit, ne? Du hast Platz, du hast Platz. Ich will noch ein paar Blattdags haben. Ja, wir brauchen eigentlich nur noch Reifen. Ein Reifen reicht, ne? Okay, das habe ich noch. Hinter dir zum Zombie, mal wieder. Ja, ja, schon, 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 schon. Oh, geil, der hat so das Militärscope. Ja, ja. Oh, wir haben echt die Arcog hier liegen lassen? Ja, das ist richtig gut. Nein, nein, wir wollen doch den Bus fit machen und da denn das restliche Zeug reinpacken. Ja, das ist alles klar. Dann tue ich meine schon mal ins Bus und dann die neue raus. Ja, der Bus, aber der oben, ne, nicht der untere, der oben an dem Krankenhaus steht. Da ist noch ein bisschen Sprit dran. Dann gehe ich zu dem, ich brauche irgendeiner Blattdags. Welcher war denn besser in Schuss, Tim? Was? Welcher war denn besser in Schuss? Der oben im Krankenhaus oder der hier unten? Der obere. Okay. Dann nehmen wir den. Aber ich muss gerade mal eben das Zeroing nochmal einstellen hier. Dann gehe ich mal Reifen holen. Yo. Das wäre... Ja, ich brauche Antibiotika. Ich bin jetzt bei dem Krankenhaus oben. Ja, da war ich schon drin, da war aber keiner. Ich weiß, ich will nur zum Bus eigentlich. Ja, der steht links. Linke Seite. Also jetzt von dir aus Richtung. Du bist ja gerade aufs Krankenhaus zugelaufen. Links an dem dunklen... Nicht da, wo die Tonne ist, sondern daneben. Ja, bei mir ist alles dunkel. Ich sehe überhaupt nichts hier. Ja, Moment, ich komme. Ich leuchte dir. Danke. Ich habe nur noch 6.900 Blut. Ja, ich noch 7.000 Blut. Ja, warte, ich gebe dir gleich eins. Ich kann dir gleich eins geben. Moment, ich habe gerade eben kurz etwas eingestellt bei mir. Brauchen wir Chirricans? Äh, nein. Für den Bus, ja. Ja, Michael hat aber noch zwei. Oder auch nicht. Die sind schon da. Schaube drin. Wieso? Schade, weil ich die reingepackt habe. Brauchen wir aber nicht einen Hubschrauber. Ja, aber... Ja, wie viel Platz habe ich auch nicht. Da fliege ich gleich tanken. Dann müssen wir in den Bus rein. Hier links. Hier ist ein Motor. Brauchen wir einen Motor? Als Ersatzteil vielleicht in den Bus mit rein, ja? Ich höre einen kranken. Ja, hier. Also... Ich höre einen kranken. Body. Ich bin nicht krank. Ich sehe nur einen gewissen Radius etwas. Ah, okay. Hier ist der Bus. Hier. Hier. Okay. Ah, super. Äh, äh... Driver. Jo. Okay. Unsere Beleuchtung lässt gerade nach. Ich habe keine Flers mehr. Ich auch nicht. Ich habe noch drei oder so. Oh. Ich höre einen kranken, ja. Ich war der, der den Hubschrauber wieder besorgt hat. Und hat... Ne? Auf hoher See krank. Und ich war der, der den gefunden hat. Ja. Und ich war der, der den wiedergeholt hat. Alter, die ganzen Waffen hier, ey. Und ich war der, der den wiedergeholt hat. Ja. Wir haben alle dazu beigetragen. Definitiv. Sehr geil, sehr geil. Und ich bin der, der jetzt gleich wieder zurückkommt und einen Reifen dabei hat. Ja, hast du einen gefunden? Ja. Cool. Ja, geil. Sehr geil. Ein oder zwei? Ein. Ich habe nicht mehr Platz. Ich habe noch eine Demonstration von der Jericho dabei. Guck nochmal. Ja, auf den Hubschrauber. Goal. Ey, zerkratz mir nicht den Lack hier. Mein Baby. Verdammt. Da kommt noch ein Zombie angewackelt. Ja, also der untere Bus müsste komplett aufgetankt werden. Der obere ist noch ein bisschen mehr drin. Ja, der obere haben wir ja jetzt gesagt. Machen wir, ne? Weil der auch bisher ein Schuss war, sagtest du. Okay, hast du. Ja. Ja, dann geh da hin. Jonas ist gleich da. Wo ist der? Ja, ich sehe ihn schon. Hier, komm. Guck mal rechts. Rechts. Achso, da. Nee, der nicht. Achso. Ja, da kommt ein Zombie auf uns zugelaufen. Achso, da. Komm mit. Mit viel zu. Ja, lass den. Lass den. Na, 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 gleich. Bim, bim, bim. Wo ist denn die M16-A-Kog hier hin? Die habe ich in meinem Rucksack. Die habe ich doch gesaved. Dafür habe ich aber meine AKM weggeschmissen. Mit drei Movitationen. Ich habe meine AKM. Das war bei dem hier hinten links. Ja. Ich habe meine AKM in den Bus getan, um die hier aufzuheben, habe ich gedacht. Achso. Scheiße. Okay, dann nimmst du auch mal den Rucksack raus. Dann kann ich wieder meine AKM wieder nehmen. Lieber Max, jo. Ich leg jetzt gerade mal Motor. Ach, du hast hier die Waffe mit dem Dings. Lol. Die hätte ich dann gerne. Bitte. Die, die du hast. Die Waffe mit dem Dings dran. Das ist meine. Hol die selber ein. Du wolltest die AKM eben, hast du gesagt gerade. Ne. Äh. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Ich finde die jetzt gerade ganz schicklich. Wenn es hell ist, dann kannst du die wieder haben. Oh. Achso. Was ist das? Achso. Ah, Knochen gebrochen. Loll. Was ist das? Loll. Loll. Ich habe nur die DMR. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen. Deswegen habe ich gesagt, nicht alleine losziehen. Ich bin doch nicht alleine. Tim ist bei mir. Achso. Warte, warte, warte. Ich helfe dir. Ich tue mal meine DMR in den Heli in der Hoffnung, dass ihr nicht weglebt. Ne. Du bist doch nicht. Oh, boah. Megas. Wo seid ihr? Hast du Mofien? Ja, muss. Ich habe Mofien dabei. Habe ich, habe ich. Ich habe auch Mofien. Ich hätte jetzt auch noch Mofien gehabt. Nein, mach nicht. So, wo ist jetzt der Kranke? Ich bin jetzt beim Heli. Ich bin hier. Ich bin gerade oben am Dings. Am Krankenhaus. Wer ist denn verletzt hier? Komm, wir sind wieder runter. Hast du Mofien, hast du Dings gefunden oder was? Nein, ich will ihn nur zu einem Zelten hinführen. Achso. Soll ich dir Mofien geben? Ne, ne, ich habe schon, danke. Ich komme runter. So. Du bist doch langsam hell, zum Glück. Welches Rad ist denn kaputt? Vorne links. Ja, du wirst wirklich langsam hell. Na, warte, jetzt kann ich es gerade wieder nicht. Jetzt. Oh, Zombie. Ähm, was willst du? Ja, vorne links. Mhm. Weil hier ist Left-Back-Rot. Okay. Naja, egal. Vorne Left-Front. Ich gucke nochmal, warte. Marc, du bist für krank. Oder war das hinten? Ja, ja, ich bin krank, genau. War das bei dem hinten? Ja, doch, das ist hinten links. Hinten links, sorry. Ja. Brauchen wir noch Blood-Packs hier, ne? Hinten mal mit. Ja, packst du doch in den Bus. Hinten dir? Leon? Ich seh dich doch. Jo, alles klar. Nein, hinter dir ist Zombie, meine ich. So, ich hatte das. Hab schon, hab schon. So, wir wollen mal gucken, wa? Und zwar der Plan. Ich würde sagen, wir fliegen am besten auf den Airfield. Da haben wir es nicht weit bis zu. Ja, ja, das war, wo wollte ich es nicht machen, aber... Alles klar, das ist so ready to go und so. Kommt ihr hier, klar, dann fliegen wir mal eben zum Airfield rüber. Oh, wie hab ich denn geschaut? Wir müssen halt nur tanken jetzt, ne? Muss mal eben was, muss mal eben was. Ja, einmal, einmal hab ich aufgefüllt mit Jericam. Oh, jo, cool. So. Hey, warte, da sind wir nicht fliegen. Wir müssen auch tanken fliegen. Hallo? Wir müssen auch tanken gleich. Ein bisschen mal. Ja, denn, läuft da noch an. Ja, die Tobi läuft da noch warm, ist alles gut. Ich will die nicht kaputt machen, muss erst warm laufen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier raus? Da wird durchs Gebüsch. Soll ich fahren? Habt ihr? Bist drin, Micha? Ein Moment. So. Und nun? Ja, bin drin. Ja. Okay. Somit beende ich jetzt die Aufnahme. Wir fliegen jetzt los und suchen Benzin. Bis später. Ja, ich bin Scriptures. Ja, ich bin dringend. Ich bin dringend.